Das ist ein Aufbesager von Luzern. Auf den Aufbesager mit dem Thema Medizinmannen. Das ist ein Gaudi-Wagen. Von dem aus möchte ich mit dem Publikum in Kontakt gepflegt werden. Die Zuschauer werden von der Hilfe auf einen Wagen geführt. Dort werden die Leute als Indianer geschminkt. Als Lohn für ihre Tapferkeit bekommen sie dann einen Zaubertrunk. Einen Zaubertrunk. Und dieser Zaubertrunk ist natürlich ein gestopftes Café Lutz. Wir enden uns der Übertragung. Wir werden noch einige Gruppen zu sehen bekommen. Live in Luzern, aber nicht mehr zu Hause. Sie werden darauf verzichten müssen. Auf Kappel genommen, auf Luzerner. Läuen, auf Kuttelputzer, Musik, Güler. Auf die Rasselbandi von Horv auf Kokoschütter von Micken. Und auf die Weizunft von Luzern. Mit ihrem Wagen, mit dem Frosch und dem Hans-Rudy Kairbühl. Weizunftmeister von heute sein grosser Tag. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Spass daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass wir Ihnen ein buntes Bild vermitteln konnten. Von heutigen Luzerner Güdismändig. Fastnachtsumzeug. Bei herrlichen, äusseren Bedingungen. Mit einer tollen Kulisse. Schneebergen im Hintergrund. Und rund 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die hoffentlich auch ihren Spass daran hatten. Mitgewirkt haben bei dieser Sendung, einer Produktion von GAR2. Auf die Rassel. Auf die Rassel. Vielen Dank.